So, willkommen zurück bei Let's Play Far Cry. Ich habe es jetzt endlich geschafft, die Schnellspeicherfunktion einzuschalten und weil es mit dem ständigen Scheitern und Versagen einfach dazugehört... Machen wir nicht so einen Stress hier? Weil es einfach dazugehört zum Spiel, würde ich sagen, wir spielen das Ganze... Ja, wir spielen das Ganze jetzt einfach nochmal. Ende aus. Beeilen Sie sich. Wir haben Besucher. Mehrere. Das geht ja gut an. Wo ist er denn jetzt hin? Scheiße. Wo ist er denn? Explodier. Medibag. Und dann kriegt er erstmal eine Granate ins Gesicht. Wie läuft es? Beschissen läuft's. Huch. Alter. Schmeißen die auch noch mit Granaten oder? Alter. Sag mal. Sag mal. Haben die Cheats irgendwie was an der KI verändert? Die schmeißen auf einmal mit Handgranaten nach mir. Ja, na klar. Ähm. Bist du noch mehr? Nein, ich will eigentlich nicht noch mehr. Ich hab schon genug. Moment. Ich muss erstmal... Atme nach! Oh. Oh. Jetzt hab ich uns beide mit einer Granate hochgejagt. Ähm. Ähm. Das ist natürlich ganz genial. Äh, ja. Okay. Da war ich ein bisschen übermütig. Das Ganze nochmal. Ja. Machen Sie schon, Jack. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Erstmal alles nachladen, bevor wir uns da rausstürzen. Geben Sie mir Deckung, während ich das Ding startmache. Und ich dachte, man kriegt ein bisschen Vorbereitungszeit. Weißt du? Vereinen Sie dich. Wir haben Besucher. Mehrere. Ist da. Dein schlimmster Albtraum. Lade nach. Jetzt komm ran. So, jetzt schön spaßig mit den Granaten umgehen. Damit wir die Typen auch alle erwischen damit. Könnt natürlich davorlaufen und die Granaten aufsammeln. Und so wieder ein bisschen Munition gewinnen, ne? So, da schleicht wieder einer. Das sehe ich anders. Oh, shit, 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 shit. So, jetzt holen wir uns mal die ganzen Granätchen von da vorne. Lade nach. Beschissen läuft es, weil jetzt die Gegner natürlich von da hinten kommen. Yo. Ich weiß, wo das... Lade nach. Lade nach. Scheißen, Dreck. Haben wir hier noch irgendwo Granaten? Nö, haben wir nicht. Scheiße, 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 scheiße. Lalalala. Gegner? Gegner, Gegner, Gegner. Haben wir hier noch irgendwo Gegner? Komm, ich weiß genau, dass hier noch Gegner sind. Ich weiß es. Das habe ich im Urin. Wo seid ihr denn jetzt? Dein... Ja, super. War da jemand? Ja, Tatsache. Fuck. Du kannst dich nicht verstecken. Du dich aber auch nicht. So, nachladen. Ich glaube, es wird Zeit für eine Blendgranate. Perfekt. So, das war's. Der Kerl ist erledigt. Mist. Scheiße, 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 scheiße. Ja, das weiß ich auch. Danke für die Info. Ich glaube, ich stürme jetzt mal heroisch davor, um... irgendwas Dummes zu machen. Scheiße, jetzt habe ich was Dummes gemacht. Medipack, Medipack, Medipack. Medipack. Nachladen. Okay, Blendgranate. Ah, scheiße. Und ich habe ihn schnell gespeichert. Ich trottel. Mist. Aber wie sollst du da was machen, Mensch? Wenn da zwei Typen stehen... Scheiße. Eieieieieieieiei. Keine Sorge, diese Folge geht schon noch irgendwann weiter. Ich werde jetzt aber nicht durch die Tür gehen, weil dann bewegt sich die Valerie. Das bedeutet, ich werde jetzt erst einmal hier meine Waffen nachladen. Ja, ja. Natürlich. Lade nach. Und Granate. Tür auf. Wann kann er die Tür auf, sonst ist die... Ha! So, macht die Tür auf, Jungs. Versuchen wir es mal so. Na komm, 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 komm. Ich weiß, dass ihr da seid. Und ich warte auf euch. Ich hoffe, jetzt kommen sie nicht zu dritt durch die Tür gelaufen, weil einerseits passen sie da gar nicht durch, andererseits reicht eine Granate nicht dafür aus, dass so viele Gegner... Oder? Weiß ich nicht. Wie läuft es? Na toll, jetzt kommen sie von hinten. Hast du ein Problem? Ja, ich hab da ein Problem. Mit euch. Ich werde sich nur versteckt. Genau, steht schön brav auf einer Stelle, damit ich euch mit einem Schuss erledigen kann. Okay, jetzt kommen sie wieder von hier. Nein! Das überlebt ja sowas. Das find ich nicht nett. Nachladen! Boah, Alter! So, da hinten kommen sie nicht. Scheiße. Nachladen, nachladen, nachladen. Warte. F9 schnell speichern. Jetzt sehen sie zu, dass sie von dort verschwinden. Ja klar, jetzt rennt sie erstmal wieder hier heroisch davor. Nein, Valerie, nicht da lang! Achso, die macht jetzt da die Tür auf. Hast du das gehört? Oh, jetzt müssen wir hier erstmal aufräumen, wegen der blöden Gruppe. Warte. Blendgranate. Speichere Spiel, wenn ich gewusst hätte, dass hier ein Speicherschlag wartet. Ja, das hab ich gesehen. Danke für die Info. Komm, 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 komm. Beweg dich, Valerie. Ja, ich weiß, beweg dich. So, der ist erledigt. Eine P90. War hier nicht irgendwo noch eine Schrotflinte? Ich habe in Erinnerung, hier irgendwo eine Schrotflinte gesehen zu haben. Da ist auf jeden Fall noch P90 Munition. Ich glaube, die werde ich erstmal mit dem Ding hier auswechseln. Warte, warte, warte. Wo war es denn? So. Die P90er erstmal. Ich finde die nämlich zehnmal besser wie die im P5. Da kannst du sagen, was du willst. Mehr Durchschlagskraft auf größere Distanz. Aber ich bleibe jetzt hier im Nahkampf trotzdem mal bei meinen ganzen Granätchen und beim UICW. Da ist die Schrotflinte. Boah, was schmeißt man denn im Tausch gegen die Schrotflinte mal weg? Das M4, oder? Ich glaube, M4 kannst du echt wegtun, weil die Schrotflinte werden wir jetzt dann noch brauchen. Ja, wobei, ne, ist eigentlich... Ja, was soll's. Dann schauen wir mal. Der Kerl ist erledigt. Da haben wir noch Munition. Munitionnita. Munitionnita. Haben wir hier drin noch jemanden? Nein. Alles sauber. Dann gehen wir nach draußen. Ja, die 20 Minuten sind natürlich längst rum, ne. Also, Bombe ist immer noch nicht hochgegangen. Gar kein Problem. So, ich hoffe, wer davonkommt. Jetzt nicht nochmal jemand. Die Musik läuft immer noch. Das heißt, es ist immer noch ein Gegner in der Nähe. Wo muss man überhaupt... Hallo, wo geht's denn hier lang? Hä? Hier war ich ja noch nie. Was ist das denn hier? Verschwinden Sie! Wer wird Ihnen folgen? Das ist gut. Also, wir laufen jetzt erstmal zum Ausgang. Hä? Warte mal. Man soll ja eigentlich dem blauen Pfeil folgen. Wo führt der uns hin? Müssen wir da durch? Aber es bringt doch gar nichts, weil hier geht's doch nicht lang. Oder doch? Ach, gucke mal. Das ist eine Abkürzung, oder wie? Boah! Seien Sie vorsichtig, Jack. Ja, 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 ja. Ich mach... Ich lass dich das mal machen. Zeit aufzuräumen, Kinder! Ha, 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 ha. So, wir sind halbtot. Ist aber gar kein Problem. Ich schmeiße jetzt erstmal eine Blendgranate in den Aufzug, weil nicht, dass da jemand drin hockt. Ah. Ne, niemand drin. Well. Wir verschwinden. Los, 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 los. Komm, komm, komm. Komm. Sie müssen auf Well warten. Die Well ist da. Weg hier. Die Bombe, die geht in neun Minuten hoch, laut der Aufnahme. Oder? Weiß ich gar nicht. So, nichts wie weg. Nichts wie weg. Valerie? Ach, da ist sie. Ich hoffe, wir warten jetzt nicht noch mehr Feinde. Können wir da oben lang? Access Restricted. Scheiße. Hier liegt nicht noch irgendwo ein Medipack um, oder? Weil uns geht's gesundheitstechnisch nicht ganz so gut. Ach, was soll's. Raus hier! Das war's dann wohl. Oh, was? Sehen Sie sich die Zukunft an. Die Natur hat versagt. Einfache Menschen wie Sie sind schon bald überflüssig. Ich habe tausende Jahre der Evolution in ein Reagenzglas gefüllt. Der stärkste überlebt. Viel Glück! Ach, du Scheiße. Und ein M4. Ja, das kann ja was werden. Jetzt geht's erstmal ab ins nächste Level. Und ich würde sagen, wir beenden mal ganz kurz hier die Aufnahme. Und dann geht's in dem nächsten Dschungelwahnsinn weiter mit Far Cry. Ciao! Ciao! Ciao!